Noch ein? Guten Tag meine Damen und Herren, Verboten spricht heute eine endgültig letzte Warnung aus. Wer im Zusammenhang mit der Griechenlandkrise noch einmal von einem letzten Angebot, einer letzten Chance, einer letzten Frist, einem letzten Zugeständnis, einer letzten Verschiebung eines alles entscheidenden Sondergipfels, einer wirklich allerletzten Fristverlängerung oder gar von einem letzten Griechenland-Countdown schreibt oder spricht, muss zur Strafe zurück in die Zukunft reisen und ab 2016 jeden Sonntagabend eine Griechenland-Runde mit Anne Will anschauen. Die wird ja jetzt wieder die Nachfolgerin von sich selber und von mir auch. Ja, genau. Die Anne Will. Also nochmal, dann bin ich was? Niesbar. Warum? Ja, weil du deinen Mörder an das Ende denkst. An was? Ja, dass du ein vernünftiges Bild kriegst. Hab ich auch. Oder zwei. Ja. Oder hundert. Ich sag nichts mehr. Da kannst du jetzt lange deine Linsen verschärfen. Ich sag nichts mehr. Ja, ich sag nichts mehr.